Er hat Fluss gemacht bei ihm. Ah, ich bin stopp. Okay. So, jetzt geht's los. Die Spiele sind immer 18 zusammengekommen. Ja. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Was ist? Und der kommt. Schau, der angekommt. Sorry, Emily. Das ist doch weich. Ja, okay. Ich bin runtergeknallt. Das war auch okay. Das ist Sammy. Ja, ich hab grad nicht stopp nach wie es ist. Ich hab einfach geschossen. Ich bin runtergeknallt. Ich bin runtergeknallt. Ich bin runtergeknallt. Kann er gar nicht bauen. Kann er gar nicht bauen. Was ist das? Perfekt. Wieso konnte ich nicht bauen? Aber bei mir hat das komplette Baum gerade gehackt, ne? Ich hab die ganze Zeit auf Kreis gedrückt. Ich fange da einfach die ganze Zeit. Warum geht Emily nicht eigentlich mit so einem Schatz? Kann ja eigentlich machen. Rens 3-3. Ja. Der ist ein Lot. Perfekt. Du bist ein Lot. Beleidigen uns die ganze Zeit die, oder? Obwohl hier ist so wenig Lot. Der ist immer. Team 1 in die. Und die geht schon wieder zu uns. Komm mal her, Taschenriss. Team 1. Ich hab keinen Bock immer, wenn die auf uns gehen. Hier, hier, Team 8. Da wo Team 8 ist. Ab so. Man kann ja mal aufhören. Ich hab immer noch genügend. Ach, mir egal. Tschüss. Nein, ich hab sie mitgedauert. Nein, das ist nicht. Hilfe. Die können wir abbrauchen. Ja. Was soll man denn sonst tun bei denen? Ja. Ja. Wie machst du denn? Ich hab' der Krieger. Mein Bruder ist noch mal aufhören. fahrt 104 die banane hat noch einen hit die andere banane hat nur noch 25 leben tot weitermachen der warum falsch vermut achja Busch. Muss man quasi auch freuen? Oh, so sehen die gerade im Mist gekauft. Welches Team will die? Kann man meinen Controller aufnehmen? Sammy? Kann man erstmal aufnehmen meinen Controller? Bleibst du heute lange on wieder? Wie gestern, so circa. Ah, die wollen schon wieder uns töten. Ich muss ihnen nachher mal was sagen, okay? Kann ich da mitmachen? Klar. Ey, dieser SEO hat mich wieder gelöscht, meine Ahnung, warum? Mein mich auch. Ich kann ihn gar nicht mal adden. Heute Morgen konnte ich ihn, aber dann, äh, heute Nacht noch nicht mehr. Warum? Lange Geschichte. Okay. Dann hat er mich anscheinend auch blockiert. Weil wenn du ihm ja, äh, keine neue F.A. schicken kannst, dann hat er dich geteilt. Der wird mir gar nicht mehr angehen, obwohl ich noch Fotos auf der Switch hab, äh, wie er heißt. Digga! Ich hab mich gelöscht, glaub ich, das erste Mal. Ich kick euch erstmal. Ich kick euch erstmal aus Fortnite raus, ich hab keinen Bock mehr. Jetzt bin ich Depri. Ihr könnt gleich zu zweit gegeneinander kämpfen. Ich hab gleich keinen Bock mehr. Oh, was ist denn los? Äh, ich hasse dieses dreckige Bananen, der gar kicken ist. Ich kann das nicht hier drunter bauen. Irgendwie, wie er sich aber anhört von diesem Mädchen, ne? Lass mich nicht üben. Lass mich nicht üben. Die Bananen sind sich schon krank, ey. Samy nochmal mit üben. Sind Sie sicher, dass du da liegen lassen willst? Pass auf, die kommen jetzt alle zu dir. Na, du bist doch verboten. Entschuldigung. Mein Leben riskiert, um Samy wieder zu holen. Ich hab nur noch 5 HP. Würde ich auch machen. Alter, jetzt ist das ein Trio-Ding-Duo. Alter, jetzt ist das ein Trio-Ding-Duo. Alter, Digga! Wie wird das nicht? Oh, komm. Banane holt einfach hier. Oh, der ist One-Shot! Er ist One-Shot! Lass mal gleich zu... Verlassen. Leck mit dem Schmutz. Wir machen nur noch eine Runde und dann verlassen wir. Weil mit dem macht es echt keinen Spaß. Guck mal, wieviel die einfach kaputt machen. Ich melde die Köche einfach alle drei. Katze! Wegen illegales Team. In Kreativ. Und die beleidigt uns die eine. Das heißt, die eine können wir schon beleidigen, ne? Ähm, melden. Wie gesagt hat, ich hasse ja die Bananen. Die kommen eigentlich melden, ne? Die hat uns ja Hurensöhne unsere genannt. Was? Ich weiß. Nennen wir uns gerade jetzt Minutes. Das habe ich nicht vergessen. Das ist ja Hurensöhne. Ja, mit dem macht es keinen Spaß, irgendwie. Und der geht schon wieder auf uns. Ja, das geht das in Oing. Das können wir auch schaffen. Warum bin ich so weit weg geholfen? Ich habe gerade seine Falle. Ha, ich habe den Superjumper, ihr kleinen Huren Söhne. Und weg. Was ist das? Tschüss. Ich hab's gehe. Ach du kleine. Okay, lass mich verlassen. Ich werde die dann noch mal melden. Ich hab' ein anderes von euch gesprungen. Ich hab' echt Arsch. Ich geh' jetzt einfach. Ja, mal machen. Ich mach' echt kein Spaß gegen die Balle 3. Ah, lass' mal verlassen. Ich glaube, wir müssen kurz vor Ortner Schule für die machen. Für wen? Ich hab' verlassen. Die Bananen. Ich war in einer Fortner Schule. Ich musste jede Stunde 500 Friwachs ausgeben. Ja, dann fragen sie sich so, wo sie die Ballasin. Oder ein Schnitzeproegchen, denn ich kannte die persönlich. Ich bin nicht. Das ist so, dass ich nicht. Ich bin nicht. Ich werde die Köche nochmal melden. Dann ist alles gut. Ja, gut, wir sind noch so früh. Ja, gut, wir sind noch so früh. Ja, eine Stunde. Wir können für die ausgeben. Aber, weil ich kann das mal schnell ein Geschenk öffnen. Ich hab' mir fortleid. Ich hab' alles selber beigebracht. Ja, ich bisher war auch. Ich nicht. Na gut, ich hab' auch schon lange. Ja. Aber was hab' ich dann überhaupt gelernt? Oh, shit. Wenn jemand von unten Bände kaputt macht, dass man von oben kommen soll. Ich werde jetzt melden. Nö, zum Beispiel sowas. Man braucht keine Champs-Alpha runterspringen von einer hohen Rampe. Ja. Vielmals bei Tiktok. Kann man die überhaupt melden? Kann ich endlich ein Tricks noch machen, Michael? Ja, jo. Ich weiß. Sehr wie spät. Keine Ahnung. Also, ich kann ein Geschenk aufmachen. Ja, vermutlich nicht. Ja, lass mal verlassen. Junge, ich hol mir jetzt einfach den Hängel-Kleiter. So, sagen wir. Ja. Ja.